hallo zusammen ich möchte heute über verletzlichkeit sprechen und was darin für eine besondere kraft steckt ich habe gestern eine dokumentation an bbc dokumentation über autisten gesehen und darin geht es darum dass autisten zu wort kommen um ihre eigene wahrnehmung der welt mitzuteilen und mir ist dabei aufgefallen wie bedeutsam das ist wenn wir unsere prozesse wenn wir unser innenleben deutlich machen das ist auch teil meiner mission und wie ich diesen ganzen kanal aufziehe und in dieser dokumentation habe ich noch mal aus der zuschauer brille sehr bewusst miterlebt wie das ganze auf mich wirkt und was ich so bemerkenswert daran fand war dass menschen die traditionell geschwiegen haben die sich versteckt haben mit ihren eigenschaften mit ihren besonderheiten ganz bewusst die entscheidung getroffen haben ich werde sichtbar die hatten unterstützung von einem ganz wunderbaren tv team die haben filme gedreht wo mit visueller unterstützung die botschaft der autistischen personen unterstützt wurde und diese filme sind dann den menschen die diesen autistischen personen besonders nahe standen gezeigt worden das hat mich unglaublich berührt und eben jetzt sogar wenn ich darüber spreche wird es mich sofort wieder und auch in meiner therapie ausbildung habe ich bereits diese erfahrung gemacht am anfang wenn wir eine gruppe gehen dann guckt man sich so die leute an und denken der zieht mich mehr an die weniger manchmal haben wir leute die mit denen wir anfangs er mit vorsicht begegnen und durch meine ausbildung war ich ja sehr lange über einen langen zeitraum in einem prozess in einer gruppe und habe menschen ja näher kennen gelernt und ich habe jedes mal die erfahrung gemacht je mehr ich von ihnen gesehen habe desto mehr sympathie entstand desto mehr nähe entstand das war fast schon automatisch wir können das sogar beobachten in film auch in der filmindustrie wird das verwendet ganz bewusst um identifikation zu schaffen auch zum beispiel wenn man bösewicht haben in dem moment wo wir dessen motivation erfahren wo wir dessen wunde erfahren wo wir wo er ein stück für uns sichtbar wird in seiner verletzlichkeit verbinden wir uns manchmal gegen unseren willen und abgesehen von diesem film oder parallel dazu habe ich auch in meinem privaten umfeld jemanden dabei beobachten können oder bin noch dabei die person dabei zu beobachten wie sie gerade große schritte in die sichtbarkeit macht erst mal in einem privaten haben aber wo ganz viel verwundbarkeit wohl ganz viel schmerz sichtbar wird wo wo auch schutzlosigkeit sichtbar wird wo diese verletzlichkeit so greifbar wird und was mich total umhaut ist was das ein unterschied macht in der verbindung zu dieser person wenn wir uns verletzlich zeigen zum richtigen zeitpunkt und mit den richtigen menschen erzeugt das unglaubliche verbindung und wenn ich eins für mich rausgearbeitet habe in der ganzen charme thematik dann ist das wie bedeutsam verbindung ist und das charme im prinzip genau das gegenteil macht es trennt uns nämlich ja wir machen wir klappen zu wir verschließen uns wir sagen okay an der stelle ist es nicht sicher mit einer person zu sprechen mich zu zeigen die bestimmte dinge zu tun machen dazu das macht auch sinn aber wenn das zur standard eigenschaft zum standard verhalten wird dann ist dauerhaft die verbindung zu unserer umgebung unterbrochen und deswegen ist es für mich so wichtig in allem was ich tue mich immer wieder auf verbindung zu konzentrieren und jetzt durch diesen film und durch diese persönliche erfahrung kriege ich noch mal so gespiegelt was für ein zaubermittel unsere verletzlichkeit ist da fällt mir sogar noch eine andere geschichte ein die viele jahre zurück liegt und ich war damals in einem job ob in einem büro gearbeitet saß mit einer kollegin so direkt gegenüber war noch relativ neu in der firma und wir konnten es nicht so richtig miteinander ich hatte das gefühl ich war ihr suspekt oder vielleicht war sie auch mir suspekt oft ist das ja gut dass sie auf gegenseitigkeit oder wir projizieren dann auch was auf die andere person was eigentlich zu uns gehört jedenfalls war das so das war nicht das ideale arbeitsklima und das fiel in die zeit als ich damals noch mit panikattacken zu tun hatte ich weiß nicht mehr genau wie es dazu kam ich glaube ich hatte besonders stark gerade darunter zu leiden mir ging es nicht gut und ich hatte wirklich auch ein bedürfnis das irgendwie zu teilen und ich hatte dann mit meinem chef gesprochen und sie hatte das mitbekommen und irgendwie fragte sie mich danach und dann hatte ich zu ihr gesagt das erzähle ich dir später weil das gerade nicht passte in der situation und das habe ich dann auch getan und ich bin quasi ihr gegenüber in den vertrauensvorschuss gegangen ich habe ihr dann von meiner schwierigkeit erzählt hat mich natürlich dadurch auch verletzlich gemacht und das hat die tür geöffnet für eine super verbindung mit uns sie hat sich dann auch geöffnet und wir sind wirklich in guten kontakt gekommen obwohl das anfangs so so schwierig gewesen ist und diese verletzlichkeit ist gleichzeitig so bedrohlich ja wenn mir lange scham erfahrungen gemacht haben häufig scham erfahrungen dann ist es uns zur zweiten natur geworden immer diese schilde hoch zu haben und ganz ehrlich das ist in unserer heutigen welt oft auch eine gute idee also es ist nicht so als ob wir uns das alles nur eingebildet hätten überhaupt nicht wir haben in der regel wenn wir diese schilde oben haben verdammt gute gründe dafür dass wir das getan haben und doch und doch können wir plätze situation und menschen finden wo wir es riskieren können diese masken fallen zu lassen und wenn wir uns das trauen und ich bin total berührt von dieser art begegnungen wenn hinter einer maske wenn hinter einer fassade plötzlich der mensch sichtbar wird und dann gibt es kaum noch uns nicht unsympathische menschen das ist jedenfalls meine erfahrung denn in der verwundbarkeit können wir uns verbinden wir kennen uns darin wieder und wir erkennen an wenn jemand mutig ist und sich zeigt das wollte ich gerne mit euch teilen werfen wir gerade nicht ein und ich sage bis bald alles liebe